Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Mailday Video und heute habe ich hier wieder zwei Briefe. Ein Brief von Torben, das ist dieser hier nicht, dieser Brief ist von Fabian, dann ist dieser Brief hier von Torben. Vielen, vielen Dank an euch beide und ich fange mal an hier mit diesem. Hier findet ihr auch nochmal meine Adresse, wenn ihr mir was zuschicken wollt, könnt ihr es gerne tun. Ich werde alle Briefe in einem Video öffnen, PAX United Postfach 112316794 Hülstenberg. Ich öffne den jetzt und schauen wir mal, was hier so drin liegt. Aha. Alles sehr gut, auf jeden Fall verpackt hier mit diesen Gummis, Online-Codes. Oh ja, die kann ich auch gebrauchen. Äh, selbst gebastelt, lass dich überraschen. Okay, Brief davor gelesen werden. Die Briefe sind ja auch immer sehr wichtig, meiner Meinung nach. Äh, so. 7.01.2017, ihr seht, schon etwas länger, ja. Ähm, ich bin zwölf Jahre alt und bin Fan von Bayern. Hallo, PAX United steht da oben natürlich noch drüber. Mein Lieblingsspieler momentan ist Manuel Neuer. Mir gefallen deine Videos, sehr Dankeschön. Ich habe dir ein paar Stickerkarten und Codes zugeschickt. Könntest du mir bitte Robben und die PAX United Karte signieren und zurücksenden? Meine Adresse hast du, ja? PS, ich bin der FC Bayern Fan, der mal unter deinen Videos gefragt hat, was deine Lieblingskarte ist. Du hattest es geantwortet. Messi Trikot Karte in drei verschiedenen Farmen. Lass dich mal überraschen. Liebe Grüße, könntest du mir Manuel Neuer ohne Unterschrift? Wenn ja, Dankeschön, ich habe dir ihn in meinen vielen Packs nie gezogen. Okay, äh, Fabian, vielen Dank für deinen Brief und auch für die Karten. Autofokus, was war mit Gearloves? So, ähm, da ist dein Brief gewesen. Zum Glück habe ich die Adresse nicht zerrissen, das habe ich jetzt mal gedacht eben. So, wir fangen mal mit den Teamstickern hier an, von der WM 2014. Die gab es, glaube ich, in Duplos und so weiter. Hatte ich nicht gesammelt, glaube ich, oder? Habe ich? Aber ich glaube, ich habe davon Unboxings gemacht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, lasse ich einfach mal hier so liegen. Dann haben wir hier, ah, bitte unterschreiben. Ha, sehr geil. Ach, geil. Arjen Robben und das Thumbnail von 101, 101 Thomas Müller. Müller, 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 Müller. Ich blende euch das jetzt nochmal ein. Regime, einspielen. Muss ich euch immer darauf hinweisen, dass ihr irgendwas einspielen müsst, ey. Lächerlich. So. Das war geil, oder, Leute? Das war mega geil. Ich glaube, ich setze mich mal die Tage ran und werde den ganzen Track zusammenschneiden. Damals hatte ich ja nur 20 Sekunden oder sowas gemacht. Aber ich glaube, ich mache da mal was ganz, also, zwei Minuten oder so. Ein komplettes Video, ein kompletter Track, so ein Spaß-Track, Leute. Also, ich habe da auch Spaß dran, sonst hätte ich das ja nicht gemacht, weil ich saß da, ja, schon etwas länger da ran. Erst den Beat raussuchen, dann den Beat an, ja, mein Gesprochenes anpassen und so weiter. So, wir machen mal weiter hier. Hier ein paar Karten, Raphael van der Vaart, Adam Tjoloy. So, was soll ich jetzt unterschreiben? Ja, hier, Robin und... Dieses Blatt hier mit Müller. Thomas, 101, 101, Thomas Müller, Müller. Ein Ohrwurm, oder, Leute? Das ist ein riesiger Ohrwurm. Wenn ihr auch einen Ohrwurm habt, oder hattet, beziehungsweise am besten noch habt, beziehungsweise jetzt wieder habt, dann schreibt mal unten in die Kommentare, Hashtag Ohrwurm, weil dann sehe ich natürlich, ich setze... Ja, Leute, ich setze mich da einfach ran und mache das mal. Zieler, Hector, Rudi und Lululu, Lukas Podolsky. Nicht zeigen im Video. Das ist jetzt hier zusammengeklebt. Da bräuchte ich eine Schere für. Aber das mache ich nach dem Video, weil ich soll es ja eh nicht zeigen. So, packe ich mal hier oben hin. Dann haben wir hier noch WM 2014 Sticker. Einfach mal hier schnell durch. Zack, oh, CR7 im Mailday-Video. Jawohl, es geht. Und Euro auch noch dabei, Bundesliga, Champions League, alles Mögliche am Stissel. Zack, das war es mit dem Mailday von Fabian. Ne, Fabian? War doch Fabian. Ja, Fabian. So, und jetzt kommen wir zum Mailday von Torben. Erstmal hier, zack. Online-Code, die zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Die brauche ich selber. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Pack. Lasse ich mal auch hier liegen. So, lass dich überraschen. Ah, wir kommen doch noch nicht zum Mailday von Torben, sondern... Ich habe das hier vergessen. Hier aufreißen. Messi-Trikot-Karte in drei verschiedenen Trikots. Limitierte Auflage. Fabian, du bist der Geizte. Ich habe jetzt eine Trikot-Karte von Lionel Messi mit drei verschiedenen Trikots. Heftig, oder? Einfach nur geil. Einfach nur geil. Herrlich. Stark, Fabian. Das war wirklich stark. Zack. Ich habe eine limitierte Auflage, Leute. Habt ihr auch eine Limit? Bastard-Logo, limitierte Auflage. Sehr, sehr geil. Und ich komme jetzt hier noch zum zweiten Brief im heutigen Mailday-Video. Der Brief von... Torben. So, Champions League, sechs Karten. Euro, fünf Karten. Magitex, 16, 17. Magitex, 16, 17. Schöner Booster. Hier, das muss an Fabian. Ich lege jetzt da mal auf den Brief hier unten. Zack. Und hier darf vorgelesen werden von Torben. Da vorgelesen werden. Hi Dennis, du bist der beste YouTuber der Welt. Dankeschön. Deshalb habe ich dir heute ein paar Karten zugeschickt. Ich finde deine Jellybeans Elfmeter König gegen Ben Masterful. Geil. Mach weiter so. Extras. Danke. Ja, Jellybeans, denke ich mal, wenn Ben Lust hat, der hat ja in letzter Zeit wenig Zeit. Der Frechdachs. Dann kommen natürlich auch wieder Mailday-Video. Ach, nicht Mailday-Base, ähm, die Elfmeter König-Videos mit den Jellybeans. Hier haben wir Birki, Marcelo, Bell, Mitchell, Weiser und Kalou. Sehr nice. Hier oben. Ich würde sagen, wir öffnen hier zuerst Magitex. Oh, die Booster kann man richtig gut öffnen. So, wen haben wir hier? Da haben wir Franck-Ribery, Kroos, Dong-Wan-G, Abseits, Baumgartlinger, Matsummel, Stuttgart-Logo, RB-Logo, Junja-Dias und goldene, limitierte Auflage von Artem Flecki. Geiler Booster, geile Karten, danke. Torben. Nochmal Magitex 16, 17. Vidal, Lazorga, Müller, Chicharito, Wagner, Elfmeter, Ibizevic-Star-Karte, nice. Oh, Hinterseer, Matchspinner und Logo von VfL-Wolfsburg, nice. Vielen, vielen Dank. Und nochmal Magitex 16, 17. Ups. Den Kapitän der Hertha muss man natürlich die ganze Zeit im Video zeigen. Oh, was haben wir da? Was sehe ich da? Was sehe ich da? Manuel Neuer, Kayubi, Boateng, Didavi, Kevin Vorland, Kedira, Maxim, Darida, Ginter, Eintracht, Frankfurt, Logo und Aaron Hunt als limitierte Auflage. Nice. Nice, nice, nice. Euro 2, 16. Da haben wir folgende, das ist glaube ich die Road to Euro, ne? Tschech, ja, Road to Euro. Choluka, Checo, Pekarek und David Alaba. Habt ihr deinen Freistoßor gesehen, Leute? Ich weiß nicht, wann das Video online kommt, vielleicht ist dann schon der nächste Spieltag gewesen. Auf jeden Fall gegen Bremen. Das war heftig, oder? Einer der besten Freistöße von ihnen. Besser konnte man den nicht treten. Besser konnte man den nicht treten. Und jetzt haben wir hier noch einen Champions League Booster. Mit Basti Fantasti, Evra, Aubameyang, CR7. Zweimal Ronaldo hier dabei und One to Watch. Hoi, Ming. Sonnen. Zack, boom. Das war das heute, heutige, geile Mail-Day-Video. Vielen Dank an euch beide. Ich bedanke mich jetzt für's Zuschauen. Wir sind in der Endcard, in der Mitte. Könnt ihr mich abonnieren. Rechts daneben findet ihr nochmal die letzten zwei Videos. Checkt sie ab, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.